Air Moves Us, die Yellow Label Collection, beendet den Vier-Elemente-Design-Zyklus des Haute Couture Austria Awards. Der Award findet bereits zum 19. Mal statt und prämiert die besten Mastertailer des Landes. Der Elemente-Zyklus wird beendet mit dem Element Luft. Was bedeutet Luft für dich? Luft bedeutet für mich natürlich auch von der Materialwahl, es muss luftig sein, es muss der Trend Transparenz dabei sein. Und ansonsten finde ich es, was auch umgesetzt wurde, dass die ganze Kreativität und Innovation jedem Designer offen bleibt. Der Moment Luft oder das Gefühl Luft als Inspiration für Mode ist natürlich etwas Fließendes, etwas Fliegendes. Das habe ich auch versucht in mein Outfit irgendwie einzubringen, dass es diese Luftigkeit hat und Duftigkeit hat und das ist natürlich ein schönes Thema. Luft braucht man zum Atmen und das macht das Ganze auch groß. Und für mich ist Luft immer Leichtigkeit. Das ist das Schöne daran. Und deswegen auch die Farbe, also das ist leicht und luftig eben und ganz, ganz wichtig. Luft braucht man zum Atmen und das sollte sich auch in den Kleidern ein bisschen widerspiegeln. Wie sieht denn deines Erachtens nach die österreichische Szene aus, wenn es um Haute Couture, wenn es um Mode geht? Wir haben sehr viele Handwerker, sehr viele gute kleine Unternehmen, die wahnsinnig qualitativ hochwertige Arbeit leisten. Das ist immer ein toller Award, uns vor den Vorhang zu heben, die sonst immer nur so Backstage sind und sonst eher den großen Damen in den Auftritt lassen. Wie wichtig ist Ihnen denn Mode und Haute Couture? Ehrlich gesagt, nach dem Singen ist Fashion my second passion. Absolut, sehr wichtig, wirklich. Ich ziehe mich gern schön an, mache mir schon viele Gedanken, aber mit der Mode gehe ich nicht, weil sonst geht man schnell ohne Mode. Weil da hast du dauernd einen Kleiderkasten, der nicht enden wollend ist und der ist bei mir eh schon ziemlich dicht gedrängt. Als Schauspielerin habe ich immer mit Kostümen zu tun und für mich ist Mode ein wesentlicher Bestandteil meines Berufs, ehrlich gesagt. Mode bedeutet alles für mich. Ich bin eigentlich eine richtige Modepuppe und vor allem für so ein tolles Event und so eine tolle Marke eigentlich Destimonial zu sein. Und das letzte Destimonial im Bunde, also quasi ich schließe die Show, ist das natürlich etwas ganz Besonderes. Also wir haben eher so die Sonnenblumen-Mode. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Das ist gerade total innen. Und vor allem, das ist auch der Trend 2023, Sonnenblumen-Hosen. Kommt, ist total im Trend. Wir haben da wieder das Gelb, weißes Leinenhemd ist jetzt auch für diesen Sommer wieder total angesagt. Und der kleine Schwarze am Kopf. Was sagen Sie denn zum Gewinnerkleid? Ja, ich finde das sensationell. Ich habe ja auch mitstimmen dürfen in der Jury. Und ich muss ja auch sagen, ich habe auch für dieses Kleid explizit gestimmt. Das hat mich von Anfang an begeistert. Und die Geschichte ist ja auch so toll, weil die Preisträgerin, die jetzt den ersten Preis gewonnen hat, hat ja schon einmal den dritten, den zweiten und heute den ersten Preis gewonnen. Das finde ich großartig. Popstar Shakira bricht aktuell mit ihrem Song Music Sessions No. 53, YouTube und Spotify Rekorde. Kein anderer lateinamerikanischer Song wurde in so kurzer Zeit so oft angehört. Und das hat einen guten Grund. Die Sängerin rechnet darin mit ihrem Ex-Gerard Piquet ab, der die Latine nach zwölf Jahren gegen das 23-jährige Model Clara Kier ausgetauscht hat. Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo, eine Rolex gegen eine Casio getauscht, feuerte die 45-Jährige in Richtung Piquet. Der ehemalige FC-Barselona-Star konterte daraufhin mit Taten anstatt mit vielen Worten. Er fuhr in einem Twingo vor und präsentierte an seinem Handgelenk stolz, seine Casio. Das muss man ihm lassen, Humor hat er. Dass aus Liebe Hass wird, das haben schon so manche Superstars erlebt und auch ein Lied davon gesungen. Unvergessen, Cry Me A River aus dem Jahre 2002, in dem ein gewisser Justin Timberlake der Welt sein Herz ausschüttete. Du musst mir nicht sagen, was du getan hast. Ich weiß es längst von ihm. Nun bist du an der Reihe zu weinen. So die klare Ansage des Sängers an seine erste große Liebe, Britney Spears. Der damals 21-Jährige engagierte sogar kurzerhand ein Britney-Double für das zugehörige Musikvideo. Die Sängerin wiederum reagierte etwas später in ihrem Song Every Time einsichtig darauf. Bitte vergib mir, ich war schwach. Dieser Song ist meine Entschuldigung, hieß es darin herzzerreißend. So richtig krachen, ließ es Sängerin Pink 2008. Ihre Trennung von Motocross-Fahrer Carrie Hart verhalf ihr zum Hit. Nicht nur, dass sie in So What besingt, wie egal ihr die Trennung ist. Im Video sägt sie auch wild entschlossenen Baum mit ihren eingravierten Namen um. Doch Zeit heilt bekanntlich alle Wunden, die beiden haben sich zusammengerauft, sind bis heute verheiratet und haben zwei Kinder. Warum die Ehe seither so stabil ist, das hat Pink erst kürzlich in einem Interview verraten. Die unangefochtene Königin der Break-Up-Songs ist allerdings Taylor Swift. Die 33-Jährige ist dafür bekannt, in ihren Songs kein gutes Haar an ihren Ex-Freunden zu lassen. Ein Song-Erfolgsrezept, das sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen unserer Zeit macht. Ob Joe Jonas, John Mayer oder Harry Styles, sie alle bekamen schon ihr Fett weg. Einzig Twilight-Hotty Taylor-Laudner darf sich eine Ausnahme nennen. Bei ihm hat sich die Sängerin sogar im Song Back to December entschuldigt und singt darin, wie sehr sie den Schauspieler nach der Trennung vermisst hat. Kritikern antwortet die Grammy-Preisträgerin übrigens ganz trocken. Diesen Rat sollte sich Taylors aktueller Freund Joe Alvin wohl besonders gut zu Herzen nehmen. Wie lang ist es her, dass die schrecklich nette Familie rund um den glücklosen Schuhverkäufer Al Bundy weltweit über die Bildschirme flimmerte? Die Arbeiterfamilie aus Chicago brachte von 1987 bis 1997 Millionen TV-Zuseher zum Lachen und war für die Schauspieler der Serie der internationale Durchbruch. Während die Darsteller von Elle, Peggy und Kelly Bundy noch immer dick im Geschäft sind, wurde es um den hormongesteuerten Sprössling Bart alias David Faustino ruhig. Dabei begann seine Schauspielkarriere recht vielversprechend. Bereits als kleines Kind, schon da hatte Faustino Auftritte in der Volksserie Unsere kleine Farm. Im zarten Alter von zwölf Jahren wurde er dann aber für seine Paraderolle gecastet, den lüsternen Jugendlichen Patrick Franklin Bundy. Fun Fact, weder David Faustino noch Christina Applegate waren für die Rollen der Bundy-Kinder die erste Wahl. Aber das Schicksal nahm seinen Lauf. Sie haben die zwei Kinder auch, Bud und Kelly, aber sie haben die ersten zwei Akteure getötet. Also wir waren wirklich, wirklich, wirklich glücklich. Als die Sitcom 1997 allerdings endete, blieben für den 61 Meter großen Schauspieler die Angebote als Hollywood aus. Es verfolgten eher glücklose Versuche als Rapper und kleinere Gastauftritte in TV-Serien wie Act X, Bones oder Modern Family, in der sein ehemaliger Serienvater Ed O'Neill ein fixer Bestandteil des Casts war. Zu einer gemeinsamen Szene der beiden kam es allerdings zum Leidwesen der Fans nicht, wie sie später scherzten. Und da David von seiner Rolle als Bad Bundy einfach nicht loskam, nahm er die Dinge kurzerhand selbst in die Hand und produzierte 2009 die Online-Serie Starving, in welcher er einen glücklosen Schauspieler namens Dave spielt, wie passend. Darin klappte es dann auch mit einer kleinen Reunion mit Ed O'Neill. Privat blieb dem Schauspieler zwar das tragische Schicksal im Vergleich mit so manch anderen Kinderstars erspart, aber auch er hatte so seine Probleme. Seine 2004 geschlossene Ehe mit Schauspielkollegin Andrea Elmer hielt nur knapp drei Jahre. Die Scheidung dürfte ihn mehr mitgenommen haben, als er zugab, denn im selben Jahr war der damals 33-Jährige am Tiefpunkt angelangt. Eine Verhaftung wegen Alkohol und Drogen am Steuer, eine Anzeige wegen Drogenbesitz und ein Aufenthalt in einer Reha-Klinik. Für ihn wohl ein Weckruf. Mit Hilfe seiner neuen Liebe Lindsey Bronson konnte der Schauspieler sein Leben wieder in die richtigen Bahnen lenken. Gekrönt wurde das Glück der beiden, dann übrigens mit der Geburt von Tochter Ava Maria 2015 und Anfang 2022 mit Sohn Casius. Seinen letzten öffentlichkeitsträchtigen Auftritt hatte der Schauspieler in ganz altbekannter Gesellschaft. Als die an Multiple Sklerose erkrankte Christina Applegates Ende 2022 mit G-Stock zur Enthüllung ihrer Sterns am Walk of Fame kam, standen ihre Serienmutter und Serienbruder Kate Is A Girl sowie David Faustino zur Seite. Apropos Humor. David hat verraten, dass es wohl bald zu einem Wiedersehen der Erfolgssitcom kommen wird. Wann genau das Reboot starten soll, ist noch nicht bekannt. Wir würden uns aber alle über ein gelungenes Revival der Kultserie freuen. Bretter, die die Welt bedeuten. Für Marco Angelini und Maria Santner ist das nicht nur ein Motto oder ein Spruch, sondern eigentlich ihr Lebenskonzept. Immerhin haben die beiden sich bei Dancing Stars kennen und lieben gelernt. Sie sind mittlerweile auch verlobt. Freut mich, dass ihr da seid. Ihr seid mittlerweile sogar verheiratet, aber eure Geschichte hat wirklich bei Dancing Stars begonnen. Der Tanz hat euch zusammengebracht. Wenn ihr euch zurückerinnert, wie schicksalhaft war das, dass man ausgerechnet an einen Partner gelangt, mit dem es so funkt? Es war wirklich schicksalhaft, muss man echt sagen. Bei der Pressekonferenz war es eigentlich so, dass die Miriam damals gesagt hat, Marco, welche Partnerin wünscht ihr? Und der Marco hat gesagt, es ist einem eigentlich völlig egal, Hauptsache sie ist Single. Und ich war damals die einzige Profitänzerin, die Single war. Du warst da die einzige, die es lustig gefunden hat. Und so sind wir zwei eben einmal tänzerisch zusammengekommen und es hat sich dann einfach so entwickelt. Wir waren uns von Anfang an, das muss man ganz ehrlich sagen, einfach mega sympathisch. Also wir haben gemerkt, die Chemie passt, wir können gemeinsam lachen, wir sind unkomplizierte Typen hin und wieder. Wir waren mal kompliziert, sondern sehr kompliziert. Also entweder komplettes Drama oder alles total Liebe. Und da haben wir uns irgendwie gefunden und zusammen getanzt, zusammen gekämpft und mittlerweile verheiratet und glückliche Eltern einer zweijährigen Tochter. Wenn du da zurückdenkst eben, auch wir haben ja vorher gesprochen bei Genial Viral, also schicksalhaft, dass es vielleicht gut war, dass du bei einer Show Nein gesagt bekommen hast, weil du bist dann dadurch zu Dancing Stars gekommen und so weiter und so fort. Und jetzt habt ihr eine gemeinsame Tochter. Wie hat dich das verändert? Es ist völlig Wahnsinn. Und wenn ich nachdenke, wie das meine ganze Reise musikalisch und alles, wie das angefangen hat, hätte ich mir nie gedacht, dass das der Endpunkt sein wird, dass eben wie jetzt alles so ist. Und ich sitze oft zu Hause, dann rennt die unsere kleine Antonia her und dann denke mir, jeden Schritt, den du da gesetzt hast, das war richtig. Und irgendwann weiß man auch, das zu schätzen und auch diese Bedeutung, warum habe ich dann damals einmal irgendwo in ein Casting ein Nein gekriegt, warum bin ich da rausgeflogen, warum ist eine Tür vielleicht zugeblieben und woanders wieder aufgegangen. Irgendwann, man hadert ja sehr oft mit dem, wenn man irgendwo ein Nein kriegt oder wenn etwas vielleicht nicht so funktioniert, wie man es sich erträumt hat. Und ja, ich bin mehr als belohnt worden für meine Reise und bin mehr als dankbar dafür und möchte mit niemandem anderen oder für nichts auf der Welt das irgendwie eintauschen. Und ihr seid ja auch genauso fleißig geblieben wie eh und eh. Ich verfolge eure Karriere ja schon relativ seit dem Anfang. Also du hast natürlich mit deinem Bruder die Tanzschule, du bist aber auch Choreografen vom Opernball. Ich glaube, das war sowieso der Ritterschlag, den man vor allem in deinem Alter haben kann. Bei dir mittlerweile Künstlermanagement, du bist als Chirurg angestellt, also da hat sich echt viel getan. Wie schupft ihr das mit kleinem Kind? Gute Frage. Zauberwort ist Flexibilität und Teamwork. Also wir schauen uns jede Woche an, von Montag bis Sonntag, wer hat wann wo wie Zeit. Dann schauen wir natürlich auch wunderbare Großeltern, die Oma von der Maria, die springen sehr, sehr oft auch ein, wenn wir wirklich beide mal nicht da sein sollten. Und ansonsten timet es wirklich, dass wir beide ja alles unter den Hut bringen, dass keiner zu kurz kommt, er auch in seinem Job alles machen kann. Und das Wichtigste ist, dass unsere Tochter nicht zu kurz kommt. Also das ist unser Hauptaugenmerk. Ist oft nicht leicht. Gerade natürlich auch jetzt als Jungmama, dass man eben die Mutterrolle, dass man der Mutterrolle gerecht wird, dass man trotzdem in der Selbstständigkeit schaut, dass da alles passt. Es ist wirklich so, dass man jeden Tag aufs Neue einfach kämpft, dass das alles nebenher geht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich Management und dass man auch da als Paar, als Team funktioniert und einfach auch schaut, dass man gemeinsam durch die Sache durchgeht. Vielleicht auch viele Sachen hinten anstellt, die vorher so wichtig waren, dass man einfach sagt, ja, dann lasse ich einmal das eine Bier mit einem Freund aus und ich bin gescheiter zu Hause. Und ohne unsere Familien wird es wirklich nicht gehen. Das glaube ich auch. Apropos Sachen hinten anstellen. Deine eigene musikalische Karriere hast du ein bisschen hinten eingestellt, aber du förderst jetzt neue Künstler. Wie bist du auf die Idee gekommen, weil vielleicht euer Zeitmanagement so gut ist? Oder kann ich gleich andere auch managen? Das ist ein Talent von mir. Es ist natürlich so, ich mache das Management von der Maria und habe mir gedacht, ja, wenn man das schon macht, dann kann man natürlich auch andere Talente vielleicht noch fördern. Ich kenne das von mir selbst, ich bin teilweise oder habe auf langen Strecken auf meiner Karriere niemanden gehabt, der mich unterstützt hat. Ich habe nicht gewusst, wie funktioniert das? Wie komme ich eigentlich in ein Radio? Wieso wird mein Song nicht gespielt? Wie laufen diese ganzen Wege? Und mir ist es wirklich ein Herzensanliegen, wenn ich junge Talente sehe, dass ich denen einfach, dass ich denen gewisse Wege ersparen kann, die unterstützen kann. Und das nicht mit irgendwelchen Eurozeichen im Auge, dass ich sage, ja, passt, da schnappe ich mir jetzt die große Kohle, sondern einfach wirklich begleitend einwirke und die kreativ arbeiten lasse. Ich habe jetzt Maria natürlich bei mir, bei Angelini Entertainment dabei, aber habe jetzt auch wirklich tolles Talent, zum Beispiel Michael Skopek, einer der Top-Influencer in Österreich. Macht so lustige TikToks und Reels. Macht so lustige TikToks, absolut. Ja, ich weiß, ich habe es gesehen und habe mir gedacht, ich hoffe, dass ich mal die Ehre habe, dass er mit mir einen TikTok macht, weil er so lustig ist. Du musst einmal einladen. Sehr gut, bekommt Dini schon, dann machen wir einen TikTok. Nein, und es ist einfach wichtig, dass man junge Talente unterstützt und aus dem Ganzen heraus ist das jetzt so entstanden. Und es macht Riesenspaß und ist natürlich auch ein toller Ausgleich, so ein Chirurgen-Dasein, was trotzdem natürlich immer sehr seriös und sehr ernst zugeht. Bei dir geht es nicht so ernst und seriös zu. Gott sei Dank in der Tanzschule auch viele junge Talente. Macht dir das nach all den Jahren immer noch Spaß, das Unterrichten? Absolut. Also Tanzen ist mein Leben, meine Leidenschaft, meine Passion. Und gerade der Unterricht eben direkt bei meinen Tanzschülerinnen und Tanzschülern ist eigentlich das, was mich erfüllt. Also es macht mir irrsinnig viel Spaß. Ich gebe ja ganz viele Kurse bei uns in der Tanzschule selber. Und natürlich solche Sachen, wie... Ach, die fragen dich dann sicher nach Autogrammen, oder? Das kommt hin und wieder vor, ja. Ja, habe ich mir gedacht. Vor uns alle sehr stolz. Oder, Entschuldigung, heute macht man Selfies, Autogramme sind laut. Genau, Autogramme gehen auch immer noch. Natürlich solche Projekte dann wie Dancing-Stagierie oder eben Opernball-Choreografie ist dann was ganz, was Besonderes und ist natürlich was, wo man sich dann choreografisch richtig austoben darf und macht jede Menge Spaß. Opernball wird ja nächstes Jahr wieder stattfinden. Wirst du wieder Teil davon sein? Oder darfst du schon was sagen? Ja, das ist schon ganz offiziell. Also meine Brüder und die, wir dürfen wieder die komplette Eröffnungskoreografie von Wien-Opernball choreografieren und gestalten und das ist natürlich absolut der Ritterschlag. Also da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Aber wie groß ist der Druck? Weil man muss ja sagen, also der Opernball ist in Österreich sehr bekannt, aber er wird weltweit ausgestrahlt. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sehen den. Das ist einfach der bekannteste, nach dem Ball, nach dem Rosenball in Monaco ist es, glaube ich, der bekannteste Ball der Welt. Wie hoch lastet der Druck und denkt man sich, ist die Choreografie perfekt? Sollen wir doch noch was ändern? Das ist gar nicht so schwer für mich. Also es ist schon ein Druck, absolut. Also mein Bruder und ich, wir nehmen die Sache sehr ernst. Sperren uns da immer circa 48 Stunden in der Tanzschule komplett ein. Sammeln da mal alle Ideen, die sich jeder einzeln gemacht hat. Schauen einmal, wie wollen wir die ganze Choreografie strukturieren. Es ist sehr komplex, dass man so eine Opernball-Choreografie designt. Man muss ganz viele Sachen beachten, eben die Schwarz-Weiß-Effekte, die Übergänge. Wie kann man eine gewisse Stimmung reinkriegen? Wie kann man viel Wechsel reinkriegen? Wie schaut das Ganze spannend aus? Man muss das ganz in der Kameraperspektive beachten. Mit Live-Publikum manchmal ist es ein bisschen zu eng. Die Absperrungen sind nicht in der Position. Und natürlich auch die Masse der Paare ist ausschlaggebend. Also würden das jetzt fünf oder sechs Paare sein, dann ist das ganz was anderes wie in dem Fall, wo man wirklich über 100 Paare in einer Reihe hat, ist natürlich schon sehr intensiv. Aber es ist natürlich so, dass man gerade bei uns, wo Tanzen unser Beruf ist, wo wir Tanzen sozusagen studiert haben, ist das die Challenge, die man sucht. Ist das die Challenge, wo man sagt, hey, da kann ich mich so richtig ausleben. Und es ist eigentlich schon jetzt so, dass wir schon ganz viele Ideen jetzt wieder im Kopf haben, wo wir sagen, okay, das wird dann 2023 umgesetzt. Und ja, Vorfreude ist riesig. Ich freue mich auch nicht nur auf die Choreografie, sondern auch auf dein tolles Kleid. Maria trägt immer Kleider, also da kann man nur abschnallen. Ich weiß gar nicht, wie Marco da nicht ohnmächtig wird. Aber ich freue mich sehr erstens auf deine Talents und natürlich auf dich und deinen Einsatz beim Opernball. Vielen lieben Dank fürs Interview. Danke sehr. Danke. Danke.